Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel, Disney's Squalers Arena. Ich werde das Spiel mal starten und voll mit drei machen. Oh, das ist direkt da durchgegangen. Gut. Ja, dann nehmen wir gleich hier diese Neuigkeiten. Dann den Kalender. Habe ich schon ein paar Sachen eingefordert. Okay. Habe ich noch ein 3? Warum steht da immer noch ein 3? Egal. Egal, egal, egal. Springen wir weiter. Ah, warte mal. Jetzt weiß ich von. Ah, deswegen. Nein. Dann weiß ich auch nicht. Hm, genau. Genau. Oh, Luppe ist da, Heiler. Okay, dann gehen wir mal gleich auf die Tagesquest einfordern, hier ist noch etwas, hier sind noch zwei Sachen Hier ist die Daily, magische Anleitung, einmal Charakteraufstufen Hm, das geht hier gar nicht Glaub ich eigentlich ein Zwanziger hier, ne Ich bin 25, also können die Charaktere auch eine 25 sein Rüstung anlegen Hm, noch vier Stück Ah, hier Hier gibt es zwei Und vielleicht noch einen dritten Aber die kann ich nicht spielen Oh nein Oh, hier gibt es fünf Das kostet noch Oh Fuck Und dann D noch Überspringen Fordern Hm, schade 你可以 Tschüss Shop bis Und Deine Hole D Nos Ah nee, das brauchen wir nicht. Ah nee, das brauchen wir nicht. Ah nee, das brauchen wir nicht. Probier mal. Einfach mal. Einfach mal. Einfach mal. Einfach mal. Hm. Hm. Wie kriegt man die nochmal raus? Ah, so. Hier sind alle sortiert nach der Stärke. Ach, das war trotzdem die stärkste. Hm. Zwei Nahkämpfer und drei Fernkämpfer. Zauber. Zauber. Der ist mal ganz wichtig. Und dann probieren wir den Kampf. Doppelte Geschwindigkeit und Automatik. Doppelte. 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 das weiter so yeah go 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 Oh 3 Sterne Nice Hier war der Besen Da ist auch der Besen Dann machen wir unten erstmal ein bisschen weiter Okay 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 Okay. Jawohl. Oh oh. Hm. Schon mal 2 Sterne. Nein. Ach Mensch. Nur noch einen Stern. Den krieg ich doch gar nicht tot. Ich glaub bei dem war ich letztes Mal auch stehen geblieben. So ein Mist. So ein Mist. So ein Mist. So ein Mist. So, so, so. Gehen wir mal zurück. Ach, da war noch ein Kampf. Zählte nur Siegel, ja? Dann probier mal den hier. Okay. Yeah, okay. Ja. Juhu. 3 Sterne. Okay. Noch ein Elite-Kampf. Und jetzt so 5 Kampagnenkämpfe. Aus 3 wären 5. Na dann. Ähm. Kampagnenkämpfe. Ist das Kampagne? Oder meinst du die? Ich glaub das ist egal. Warte mal. Na zurück. Auf tägliche. Elite-Kampagne. Charakteraufstufen. Da muss ich erstmal aufstufen für. So ein Mist. Power-up. Ein Charakter für Zauberterrüstung. Okay. Dann machen wir erstmal. Ja. 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 Den Kampf hier noch. Ich hab hier nur die 5 Bösen. Ich hab hier nur die 5 Bösen. Da kann ich nur die 5 geben. Oder hab ich da einen mehr gekriegt. Achso. Das ist jetzt alles wie da. Sind hier nicht nur die 5 Bösen. Muss ich gleich noch mal gucken. Und zwei Sterne. Okay, dann probieren wir gleich den Kampf nochmal. Okay, dann probieren wir das. Okay, dann probieren wir das. Ein Stern. Mit die Maus. Die Ruhe. Fortfall. Kampf. Minus. Alle weg. Ja, sieht schon ein bisschen anders aus. Ich nehme doch den wieder. Okay. 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 Und eins geschaffen. Okay. 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 meine heiligin ist da und mein dd ist auch da wo Oh, oh. Dreh hinein. Oh, wenigstens zwei Sterne. Ja. Jawoll. Charakteraufstufen. Ich lege die Kämpfe. Habe ich gegen den gewonnen? Weiß ich ja gar nicht mehr. Stimmt. Brauch geworden, ne? Ja. 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 Oh, okay. Yes. Ja. Ich stehe. Ich stehe. Großartig Kampagne Großartig Kampagne Großartig Kampagne Großartig Kampagne Unde die in der Kampagne Fasten Kampagne Kampagne Wche Nein, 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 nein. Jawohl. Jawohl. Zwei Sterne. Nur ein? Okay, dann nur ein. Oh nicht, ja, gut. Den haben wir. Freischalten und Befördern, ja, okay. Den haben wir auch, haben wir, haben wir, den haben wir nicht. Brauche ich eigentlich noch einen Bösen, oder? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Mal einfach mit dem weiter, ne? Zehnmal. Hm, fehlen noch zwei. Danke mal, ein weiter. Da. Ausrüsten. Jo, ausrüsten. Boah. Schon auf einem zweiten Platz. Von der Stärke. Zauberturnier. Die Stärke. 870. Und meine Leute sind stark. Und eine andere. Bei den. 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 Und. Käpt'n Guck. Dann noch mal den. Und. Den. Kampf. 869 gegen 879, oh, das wird knapp, da freue ich mich drauf, oh, die aus Mulan ist das halt, ne, da Oh oh. Einer down. Doch nicht so knapp. Ich habe verloren. Oh, stärker. Er muss warten. Zehn Minuten. Okay, es hat gereicht. Man braucht nicht gewinnen. Schon mal gut. Schließe drei böse Furchtskampagnen ab. Okay. Oh, ich habe nur die fünf bösen. Okay. 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 Da kommt der Vogel. Ja, Hubert. Sieht schlecht aus. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Boah. Das war ja mal richtig knapp. Heiheihei. Noch zwei Böse. Soll ich Kampagne haben. Soll ich den? Soll ich den? Soll ich den? Okay. Oh, das sieht gut aus. Und? Da. Wohl. Drei Sterne. Ich brauche noch einmal. Da fände zwei. Na ja, es waren zwei. Und komm, der letzte Sieg. Bei der Böse, welche Kampagne. Dann ist die Quest auch fertig. Das waren auf jeden Fall keine drei Sterne. Da ist gerade der dritte Stern gefallen. Da. 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 Oh. Okay. Ein Stern. Okay. Geht's? Oh, Nickyagd, Schließe, Elite, Bösewicht, Kampagnen. Acht Stück. Also noch fünf. Das mache ich jetzt aber auch wieder auf die schnelle Tour. Oh, Nickyagd, Schließe, Elite, Bösewicht, Kampagnen. Ach, ich habe hier noch zwei. Dann ist auch eine Lieferung. Kauf ein Item aus der Böse. Dann kaufen wir mal ein Item. Warte mal, noch mal runter gehen. Sechs von achtzig, zwei von Böse. Fünf von achtzig, ne, fimmtsundzig, zwei achtzig, ne. Der ist nur 15. Das fühl gut. Naja, hab ich doch. Hab ich auch. Den habe ich nicht. Oh, hier fiel noch fünf. Mehr wieder hab ich doch schon. Oh, hier fiel noch fünf. Ist mal hab ich auch schon. Egal, Koffer hier. Ein Gegenstand. Der Preiswert ist. Der Preiswert ist. 160. 20. Ich besitze zwölf. 32. Dann nehme ich den. Das ist jetzt wie noch sieben Stück fahren. Einfordern. Keine Energie. Keine Energie. Okay. Die ist noch. Gesperrt. Zu und Ausdauer. Ein Kampf. Und ein Kampf. Ich hab jetzt die beiden vergessen. Na ja, ich glaube das werde ich trotzdem gewinnen. Ich bin optimistisch. Das kann nur gut werden. Das kann nur gut werden. Malz 2 und Autoangriff. Malz 2 und Autoangriff. Malz 2 und Autoangriff. Malz 2 und Autoangriff. Warum hat der 2 Vögel? Malz 2 und Autoangriff. Malz 2 und Autoangriff. Und. Und down. Perfekt. So, 3 Videos noch anschauen. Jütekämpfe, 5 Stück brauche ich noch. Ah, ich kann den schon einfordern, das ist nice. Große Kampagne abschließen. Aber ich kann beides nicht mehr spielen. Oh, da habe ich wieder eine große Kampagne. Kann ich wieder 2 Kämpfe machen? Ne. Das war der andere. Das ist alles. Level 1 aufsteigen. Ein Level aufsteigen. Level 1 aufsteigen. Level 1 aufsteigen. Übrige Zeit. Übrige Zeit. Kann nicht angreifen. Okay. Kann nicht angreifen. Öffnet in. Übrige Zeit. Kann nicht angreifen. Kann nicht angreifen. Kann nicht angreifen. Oh, hier geht der Kampf. Also Aladin muss auf jeden Fall dabei sein. Aladin, da bist du, der Schwächste. Das wird dann auch der letzte Kampf wahrscheinlich werden. Ach, das war das. Bis ich nicht weiterkomme. Okay. 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 Ganz knapp, aber nicht geschafft, ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. War das große Kampagne? Nein, große war das nicht. Heldenkampagne? Ja, in Kampagne war das. 12, ok. Dann aber den. Gut, jetzt haben wir die Energie auch auf 2 runter. Mit 2 kann man nichts machen. Da wollte ich noch einmal kurz was gucken. Gut, dann war es das für heute. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. 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 Ciao.